Sarah, Melanie, das war ein wahnsinnig knappes Rennen. Ich war aus dem Häuschen, ihr wart danach erst mal ein bisschen geknickt. Gold verloren oder Silber gewonnen? Also im ersten Moment, also wir fahren hier halt schon auch dann irgendwie um zu gewinnen und wenn es dann so knapp ist, dann ist es im ersten Moment schon Gold verloren. Aber also wir konnten einfach nicht mehr dem entgegensetzen und die Polen waren einfach dieses kleine Mini ein bisschen schneller als wir. Aber also ich freue mich auch über Silber und gleichzeitig sollten wir noch mal antreten dieses Jahr. Es ist auch eine riesen Motivation, dass wir nächstes Mal, wenn es so knapp ist, eben die sind, die sich freuen. Melanie, letztes Jahr war es die gleiche Farbe auf der Strecke. Gewürzt du dich langsam an die Strecke, dass es einfach deine ist? Also letztes Jahr zur EM sind wir Dritter geworden, also wir haben schon mal einen Platz besser. Zur EM sind wir Zweiter geworden. Ja, also ich bin jetzt hier schon oft 1000 Meter gefahren, aber Gold ist schon noch ein bisschen schöner. Dann toll, 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 dass der WM Satz 1 hat vielleicht noch winkt und genießt heute trotzdem noch ein bisschen. Doch, machen wir.